Jeden Monat ist Weihnachten, könnte man sich denken, wenn man ein System wie Home Assistant hat, denn wir werden einmal im Monat von den wunderbaren Entwicklerinnen und Entwicklern mit einem Update beschenkt. Dankeschön schon mal. Und ich war ganz tapfer und habe es gewagt, die Beta zu installieren, damit ihr es nicht machen müsst, um hier das neueste Update für euch auf Herz und Nieren zu prüfen. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr ein stabiles Update nutzen möchtet, dann wartet bis bei der Versionsnummer hinten dran ein Punkt 3 oder Punkt 4 ist. Die sind relativ stabil. Für euch vor der Kamera ist der Uhr. Willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Lasst uns gemeinsam hier die Neuerung und das Update vom Home Assistant Release 20 25.4 entdecken. Ach, und wenn ihr zukünftig solchen Content, solche News gar nicht mehr verpassen möchtet, wisst ihr was zu tun ist. Aboniert den Kanal, ansonsten filmiert. Beginnen wir dieses Update mit dem Areas Dashboard. Zu deutsch Bereiche Dashboard. Das Ganze ist eine Funktion, womit Home Assistant, Achtung, automatisch ein Dashboard anhand eurer angelegten Bereiche und den zugeordneten Geräten, Entitäten erstellt. Richtig? Automatisch. Ihr seht schon, wie das Ganze beim Experimental aussieht. Wir sehen hier den Außenbereich, Bad, weiter unten Büro, Esstisch. Und wir sehen hier jeweils die Entitäten, Geräte, auch Videostreams, Haustür. Also ihr seht, da geht viel, auch Thermostat und so weiter. Das heißt, da müsst ihr das selber nicht mehr einstellen, sondern mit einem Klick erstellt das Home Assistant selbst. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Dazu gehen wir zu den Einstellungen, dann zu Dashboards und dann ein neues Dashboard hinzufügen. Ihr wählt nun hier Bereiche aus, welches derzeit natürlich experimentell ist. Hier gebt ihr nun die bekannten Informationen ein, wie ihr das gerne haben möchtet und drückt dann auf Erstellen. Nun wurde unser Dashboard auch schon hier erstellt und dort können wir direkt reingehen. Und dann sind wir hier bei unserem experimentell erstellten Area Dashboard. Hier gilt übrigens auch das Sprichwort Shit-In, Shit-Out. Je nachdem, wie ihr hier euer Home Assistant gepflegt habt, dementsprechend wird hier das Ganze dann experimentell aufgebaut. Das Ganze könnt ihr aber auch noch leicht konfigurieren. Dazu gehen wir oben rechts auf das Bleistift. Ihr könnt jetzt zum Beispiel festlegen, ob ihr gewisse Bereiche ausblenden möchtet. Ich mache mal beispielhaft Außenbereich und ihr könnt sogar festlegen, in welcher Reihenfolge das Ganze dargestellt werden soll. Außerdem könnt ihr die Geräte, Entitäten, die dort angezeigt werden, nochmal selbst hier ausblenden. Wenn ihr damit fertig seid, drückt ihr auf Speichern und dann werden diese Änderungen hier vorgenommen. Wie findet ihr diese Funktion? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin hier total auf eure Meinung gespannt. Meine Damen und Herren, haltet euch fest, wir haben etwas zu feiern. Mit diesem Release gibt es eine neue Karte im Home Assistant, und zwar die Uhrenkarte. Diese könnt ihr wahlweise mit Sekundenanzeige darstellen lassen oder ohne Sekundenanzeige. Außerdem in drei verschiedenen Größen. Um diese Uhrenkarte zu bekommen, geht ihr oben rechts auf das Bleistift und drückt dann auf Neue Karte hinzufügen. Gebt hier bitte einmal Uhr ein. Wählt die Uhrenkarte aus. Und dann könnt ihr hier schon die unterschiedlichen Größen festlegen und ob ihr die Sekundenanzeige anzeigen lassen wollt oder nicht. Dann einmal speichern und das war's. Wo habt ihr vor, diese neuen Uhrenkarte zu verwenden? Schreibt mir auch das gerne unten in die Kommentare. Jetzt kommt ein Update für alle Automation- und Script-Fans, die gerne mit Variablen arbeiten. Denn wie ihr nun mit Variablen in Automation- und Scripten arbeitet, hat sich mit diesem Release geändert. Wenn ihr einmal eure Variablen in der Automation oder in einem Script definiert habt, dann könnt ihr darauf jederzeit global in dieser Automation, in diesem Script auf diese Variablen zurückgreifen. Beispielhaft haben wir x als eine Variable, welche 1 ist und y auch 1. Bei der Sequenz wird aber y als 2 dargestellt und das aktualisiert das y von hier oben. Somit wird bei der Ausgabe x als 1, y als 2 und z als 2 ausgegeben, weil das im Verlaufe hier im YAML dann definiert wurde. Das ist eine tolle Neuerung für alle, die gerne mit Variablen arbeiten. Und da bin ich besonders gespannt, wie sich das dann in den Blueprints auswirken wird. Das Year of the Voice wurde zwar beendet, aber mit diesem Update gibt es weitere Verbesserungen im Bereich der Sprache in Home Assistant. Sprachboxen, die mit Home Assistant kompatibel sind, bekommen jetzt nun eine neue Einrichtungsmaske, wo ihr das besser auf eure Bedürfnisse einrichten könnt. Ihr könnt hier anhand vordefinierter Einstellungen sehen, wie sich das Ganze auf die Leistung eures Systemen auswirkt und genauso wie das hier bezüglich den Befehlen unterstützt wird. Das ist natürlich sehr toll für alle, die mit Sprache hier beginnen möchten und so dann ein besseres Gefühl für die Thematik bekommen. Verbessert wurde auch die Konversation mit den Sprachassistenten in Home Assistant, speziell wenn ihr mit eurem Home Assistant Large Language Models benutzt, dürft ihr euch jetzt freuen, mit eurer Sprachbox noch bessere Konversation zu haben. Hier ein Beispiel von Frank. Wie ihr nun aus dem Beispiel von Frank gesehen habt, war es nicht nötig, noch einmal OK NABU zu sagen, damit hier die Sprachbox den zweiten Befehl annimmt, sondern man konnte einfach mit seiner Konversation fortführen. Wie erwähnt ist es derzeit nur für Large Language Models verfügbar, aber die Entwicklerinnen und Entwickler möchten es auch hier ohne Large Language Models diese Qualität in Zukunft in Home Assistant zur Verfügung stellen. Das führt dann zu solchen Verbesserungen in der Automatisierung, wo euch dann der Sprachassistent anhand zum Beispiel der Eröffnung des Tores von eurer Garage dann fragt, ob man diese geschlossen haben möchte. Und man kann dann direkt mit Ja oder Nein antworten, anstatt nochmal zu sagen, OK NABU, schließt die Garage. Und in meisten Situationen, wenn dann die Sprachbox mit euch beginnt, anhand der Automatisierung zu sprechen, könntet ihr manchmal erschrocken werden. Deshalb wird es möglich sein, einen Pre-Announced Sound hier hinzuzufügen, also ein kleiner Sound. Zum Beispiel, wenn jemand vor der Tür ist und gerade dabei ist zu klingeln, würde dann die Sprachbox nicht direkt sagen, hey Achtung, da ist jemand vor der Tür und man wird dann vielleicht aus seinem Fokus gerissen werden, sondern man könnte davor zum Beispiel einen Ding-Dong-Effekt abspielen und dann erst sagen, hey Achtung, da ist jemand vor der Tür. Die ganzen genannten Verbesserungen sollen hier die Erlebnisse mit der Sprachbox verbessern und das Ganze einfach in einer flüssigeren Art und Weise darstellen lassen. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Für die nächste Verbesserung hätte ich mein Testsystem platt machen können, aber aus Zeitgründen habe ich das jetzt gelassen. Ich erkläre euch das anhand dieser zweier Bilder. Ihr konntet beim Aufsetzen vom Home Assistant natürlich hier ein Backup hochladen. Ihr werdet nun zukünftig mit diesem Update in der Lage sein, auch Updates direkt aus der Home Assistant Cloud reinzuladen. Dazu drückt ihr dann hier auf Home Assistant Cloud, meldet euch hier mit eurem E-Mail und Passwort an und dann könnt ihr direkt auf die Update-Datei zugreifen und das Ganze dann hier einspielen. Endlich bekommt man was für sein Geld bei der Nabucasa Cloud. Mit diesem Update kommen neue Integrationen hier ins Home Assistant, unter anderem Pterodactyl, darüber hinaus aber auch Remote Calendar, außerdem Bosch Alarm und die drei nachvollen Integrationen könnt ihr per virtuellen Integration, in diesem Fall die Shelly-Integration, hier ins Home Assistant hinzubringen. Das wäre zum einen Frank-Eva, sowie LinkedGo, als auch Orgemray. Und wenn wir mal hier draufdrücken, dann bekommen wir hier ein Pop-Up, dass hier eine Verbindung zum Shelly hergestellt wird. Ist eigentlich ziemlich cool, weil ich ja sehr viele Shelly zu Hause habe. und dann kann ich hier den Host eingeben und kann es dann damit nutzen. Coole Sache, ich denke, das werden wir in Zukunft öfter finden, weil hier Shelly X gestartet ist und somit neue Geräte nun mit dem Shelly-Chip verbaut werden. Ähnlich wie Tuya kann man sich das vorstellen. Wo wir es hier von Integration haben, neue Integrationen sind zwar cool, aber welche bestehenden Integrationen haben sich denn hier verbessert? Unter anderem die OpenAI-Integration. Ihr könnt nun eine neue Aktion ausführen, und zwar Generate Content und könnt dann hier mit ChatGPT einen Prompt starten und das Ganze dann ausführen und bekommt es dann in Home Assistant dargestellt. Verbessert wurde auch die Integration von Roborock. Und wir haben hier neben den Hauptgeräten nun noch eine Einstellung für den Dock und können dann hier weitere Entitäten vorfinden. Und was mich persönlich riesig freut, wenn wir zu einem Hauptgerät hier reingehen, dann könnt ihr nun eure selbst programmierten Reinigungsprogramme aus der App hier aus dem Home Assistant heraus starten. Mann, wie genial ist das denn? Dankeschön! Jetzt braucht die Roborock-App gar nicht mehr und kann das eigentlich schon deinstallieren. Verbessert wurde hier der Helfer bzw. die Integration Template. Zum einen wurde das Licht- und Schalter-Template auf das moderne YAML-Style überführt. Außerdem bekommt ihr nun neue Funktionen, die ihr mit diesem Template-Helfer nutzen könnt. Mit diesem Update wurde auch hier das Energie-Dashboard verbessert, und zwar speziell hier bei den Einzelgeräten. Ihr könnt nun bei den Einzelgeräten, wenn ihr diese bearbeitet, ein vorgelagertes Gerät hinzufügen. Das soll euch helfen, hier keine doppelten Energiemessungen und Energieeinträge im Dashboard zu haben und das Ganze hier einheitlicher darzustellen. Unternehmung der Einstellung von eben, die ihr gesehen habt, könnt ihr nun sehen, dass Schreibtisch Mann nicht mehr verfolgt wird. Wie bei jedem Release mittlerweile üblich, auch hier die Liste der weiteren nennenswerten Änderungen. Und auf zwei Sachen möchte ich gerne darauf eingehen. Bevor ich das tue, scrolle ich hier einmal für euch ganz langsam runter. Dann könnt ihr euch das ganz mal kurz anschauen. Und jetzt springen wir mal ins System. Unter anderem könnt ihr mit diesem Update euren Home Assistant Sky Connect Stick aus Home Assistant heraus aktualisieren. Verbessert wurde auch das Mehr-Information-Dialogfenster. Das hier ist noch das alte Dialogfenster. Und jetzt springe ich mal zum Neuen und mal sehen, ob ihr das direkt merkt. Das ist das neue Dialogfenster. Und wir bekommen nun oben links mehr Informationen zu dem Dialogfenster, unter anderem wo sich das Gerät oder diese Entität derzeit befindet und um was es sich genau handelt. Jetzt, wo es mit diesem Update drin ist, finde ich es eigentlich ziemlich cool und frage mich die ganze Zeit, warum es nicht schon vorher da war. Dankeschön! Ich scrolle nun ganz langsam durch die Backward in Compatible Changes. Sollte dort ein Eintrag dabei sein, der auf euch zutrifft, dann geht hier in das Dokument rein. Den Link dafür findet ihr unten in der Beschreibungsbox. Und dann könnt ihr dementsprechend Vorkehrungen hier für euer System treffen. Früher habe ich euch an dieser Stelle immer motiviert, bei den offiziellen Home Assistant Foren euch zu registrieren. Mittlerweile aber haben wir ein eigenes deutschsprachiges Forum gegründet und dafür spiele ich euch jetzt einmal den Einspieler ab. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch App-Support unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch! Und wenn ihr alle Einstellungen ganz penibel euch anschauen möchtet, den Link für den Full-Change-Log packe ich euch unten in die Beschreibungsbox und dann könnt ihr das Stück für Stück durchgehen und das Ganze nachvollziehen. Somit wären wir durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber ins Outro und hören uns mal das Fazit an. Ja, das war es auch schon, ihr seid um Outro.com. Lasst uns nun ein paar letzte Worte zu diesem Update verlieren. Und bevor ich hier meine Meinung sage, würde mich vielmehr eure Meinung interessieren. Schreibt mir das jetzt unten in die Kommentare. Ich bin mal hier über eure Sichtweisen und über die Impulse, die ihr mir gebt, total gespannt. Ansonsten, ich denke, zwei Sachen sind hier ziemlich gut gelungen. Ein absoluter Game-Changer könnte sein, hier die Thematik mit den Variablen in den Automations-Skripten. Ich habe auch schon in Reddit gelesen und die Community war dort wirklich hellauf begeistert und ich bin da auch total der gleichen Meinung. Auch toll sind hier die Verbesserungen bezüglich des Sprachassistenten, denn hier bewegen wir uns langsam Richtung Iron Man und Jarvis und ich freue mich schon, die nächsten Monate und Jahre weitere Verbesserungen zu erleben, dass wir dann genau an diesem Punkt ankommen. Somit wären wir durch. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen, die Thematik hier noch besser zu verstehen. Über ein Like würde ich mich riesig freuen. Es ist wieder sehr spät geworden. Sonst, wenn jemand anderes unbedingt diese News auch mitbekommen sollte, dann nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich denke, die bedanken sich und ich sage auch Dankeschön. Sonst, Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut, ciao!